11. September 2019, Bahnhof Schlettau im Erzgebirge. Hier wurden heute einige Fahrzeuge umgesetzt, nämlich von der Lok, hier, die jetzt ins Bild kommt. Der 346024-9, der Press, eine V60 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn. Die Rangierarbeiten sind auch noch nicht beendet. Und hier werfen wir einen Blick auf den neu errichteten 5G-Sendemast für das SRCC-Teststreckenprojekt. Und hier werfen wir auch noch einen Blick auf diesen kleinen Zug, der heute Vormittag beim Rangieren etwas abgesackt ist. Aber jetzt ist wieder alles hier im Gleis. Und es ist gemütliche Ruhe an diesem 11. September. Das ist Hessen. Die Vormittagung. Bis zum nächsten Mal.